Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Ich weiß nicht ob wir genau da wieder angefangen haben, wo wir das letzte Mal aufgehört haben Aber zumindest in der kleinen Stadt sind wir Und wir schnappen uns jetzt erstmal zu Beginn der Folge Den Convoy dort hinten Den können wir uns vielleicht auch mit dem Wolfsmodus holen, mal schauen Sehen wir gleich So, zu minus 10 haben wir uns so gewohnt Sehr stark drüber Okay, das war's mit dem auch Können wir glaube ich ganz gut platten So, sehr nice, das hat sehr schnell und effizient geklappt Also erstmal hier Wir müssen einfach die befreien Die haben wir befreit Und jetzt noch Ach, das war mal ein bisschen hagelig Natürlich befreie ich euch Und ich würde sagen Jetzt gehen wir mal zur Next Mission Also zur Hauptmission wieder Habt ihr das letzte Mal genug Action gesehen eigentlich Von dem her können wir jetzt auch mal wieder Äh, zur Hauptmission gehen Weil das andere habt ihr ja die letzten Folgen relativ viel gesehen von Und ich würde sagen, jetzt geht's mal mit der Hauptstory weiter Ja, was ist los? Ja, was ist los? Es ist nicht sicher hier Geh heim Du hast den Gefallen wieder gut gemacht Du wirst siegen, Radon Hageddon Leb wohl Hm, okay Jetzt bin ich doch mal gespannt Wachhunde können den Wolfsmantel unterbrechen Okay Okay Dafür müssen die ausschalten Von einem Köder müssen die abgelenkt werden Äh Was war denn der Köder? Jetzt ist der Hund dort abgelenkt Wer ist denn die Schleitende? Hm, scheint ein Schlawiner zu Scheiße Ich wusste gar nicht genau was ich machen soll Ich hab gedacht Jetzt kann ich den Wolfsmantel einsetzen und den ausschalten Schienen wohl nicht ganz so zu klappen wie ich gedacht hatte So Wo ist jetzt so ein Typ mit Wachwund wieder? Ach, da sind noch Rohdrücke hier Lol Ach, ich muss jetzt aus der Zone entkommen und anonym werden Ok Jetzt habe ich es genießt Sorry Jetzt gehen wir wieder hier nach oben Hier können wir den Wachhund jetzt wieder ablenken Und selber weiter rennen Hoffe ich doch Oh oh Ah scheiße Wie konnte ich denn Ah Ich trinke zwischendrin noch kurz was Ok den ersten haben wir jetzt anscheinend schon Ich muss ohne Insekt bleiben Das ist am wichtigsten hier anscheinend Tauch ab Ach bist du doof Connor ey Das geht doch nicht Normal taucht er selber ab Ach scheiße Mission mag ich nicht Ok auf ein neues Tauch ab Alter Das hier wird doch nicht Okay dann probiere ich es jetzt anders Ich muss jetzt hier hin Ok Das heißt ich kann jetzt hier auch außen rum laufen Dann muss ich doch das ganze lagern Ein totes Tier kann mir Köde geben Ok Das wissen wir schon Ok den Wolfsmutus gibt es auch noch Der Hund lässt da gar nicht locker Ach scheiße Das heißt man muss wahrscheinlich den Köder legen Das ist der Hund abgelenkt und wir können verschwinden Und rein an den Heuhaufen erstmal Also im Heuhaufen wird er uns doch wohl nicht sehen Oder Scheiße Scheiße Die scheiß Wachhunde entdecken ihn sogar Katastrophenfolge immer wieder Der Hund ist abgelenkt Und wir gehen dann erstmal wieder Hier in Deckung Okay Wir laden erstmal wieder unsere Energie auf Ich glaube das muss man ganz ruhig angehen Aber jetzt haben wir hier nicht mehr den Köder Hey das hier wird doch nicht ey Ich weiß jetzt gerade echt nicht wie ich das packen soll Die scheiß Wachhunde gehen mir tierisch auf die Eier Okay Hinlegen Eins Größenmodus Das ist ja unsere übliche Prozedur Ich bin mit meinem Latein langsam am Ende Hahaha That's very amazing Not real So Überall diese scheiß Wachhunde Ich hasse sie Alter Nein 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 Heilanzack ey das gibt es nicht man kann sich wahrscheinlich auch nicht noch blöder anscheinend als ich es gerade mache, aber was denn? komm her und den muss ich jetzt ausschalten oder was? das kann ja auch nicht sein ich weiß nicht was ich hier davon halten soll na ja natürlich scheiß hund scheiß töle sorry an alle hundeliebhaben aber der geht mir gerade richtig auf die eier dieser scheiß hund ich mach bestimmt irgendwas grundlegend falsch weil die hunde halt auch überall sind überall wo ich hier rumgehe überall sind hunde diese gelben punkte auf der karte sind nur hunde vielleicht kann ich hier aber einfach rauchen gehen ich weiß nicht ehrlich gesagt nicht wirklich Adlerauke aktivieren was war Adlerauke? nach was darf ich ausschalten? das habe ich jetzt gar nicht so richtig gecheckt ja Ehm... Hallo? Ach so, Volley Forge infiltrieren und Israel Putnam ausfinde ich. Okay. Ich dachte es ist... Ich geh jetzt mal hier ins Gefisch. Ich glaube, hier sind keine Wölfe mehr, kann das sein? Oh, ich hab's erreicht, ich hab's geschafft. Juhu! Ich muss mit Arnold persönlich sprechen. Ja, Sir. Ich stelle sofort ein Kommando, das euch hingeleitet. Ich brauche keins. Ihr seid der ranghöchste Offizier während meiner Abwesenheit. Falls etwas schief läuft. Nun ja. Für eure Witwe ist gesorgt. Wegtreten! Ja, Sir. Ich folg dem jetzt mal, so bis mir hier aufgetragen wurde. Und ich brauche dringend ein Gebüsch. Und ich brauche dringend ein Gebüsch. Zielen! Okay, jetzt kann ich uns wieder benutzen. Wofür ist es nicht mehr. Ich bin gerade und ich bin gleich falsch. Ich habe gerade ein bisschen Probleme mit der Steuerung. Oh oh, wir müssen wieder einsteigen. Ich muss da hin, dorthin, ok. Er dreht sich auch öfter um, wow, das war knapp. Nein, scheiß Wachhund. Nein, das gibt es nicht. Hätte fast geklappt jetzt, aber diesmal will ich, dass es wirklich klappt. Ist nur so lala. Sonst muss ich wieder ausschalten. Und wieder an. Scheiße. Entdeckt er mich jetzt? Nicht umdrehen. Ach, kack die Wand an, ey. Das schippert mich. Hm, ok. Nochmal der gleiche Weg. Und. Hurtig, hurtig, hurtig. Wow. Wir haben fast in den reingerastelt. Oh oh. Er renn jetzt mal hier an dem Stein so lang. Falls sieht er mich dann auch nicht. Da hinten ist wieder der Schweinepriester. Mit seinem scheiß Dog. Doggedy Doggedog. Wie kann ich denn nur umgehen? Nein. Okay, der haut gerade wieder ab. Oh nein, der nimmt jetzt gerade die Abzweige mit dem scheiß Hund. Der Hund folgt mir jetzt. Nein. Ach, scheiß die Wand doch an. Heil an. Sack. Ich hasse diesen Hund doch, ey. Unglaublich. Und. Sorry für diese Ausdrücke. Aber. Es ärgert mich echt gerade zutiefst. So. Ich würde sagen. Wir beenden jetzt hier die Folge. Und ich versuche es dann in der nächsten Folge mal zu schaffen. Und. Ich bedanke mich für alle die zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht mir riesigen Spaß. Auch wenn ich mich manchmal aufrege. Haha. Also jetzt aber wirklich. Ciao.